hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun dienstag den sechsten sechsten 2023 und die miese katze die er gestern in der kiste saß und fliegen wollte mit dem propeller vorne dran ja war dann beim gewichtstest doch etwas zu fett ich bin auch in der zeit aufgewachsen wo man da auch drüber sprechen darf und das auch einfach als zu fit bezeichnen kann und von daher frei raus so wie es ist die katze war zu fett ist hier einfach nach unten geklatscht und hat ein bisschen den tag versaut wenn wir uns jetzt aber zurück erinnern was wir gestern gesagt hatten und eigentlich auch erwartet hatten war ja eigentlich die botschaft klipp und klar oberhalb von 16.000 hat unser dax noch das zeug hier in die 16 120 reinzulaufen und dann eben auch 16 200 16 240 wir hatten uns das angeguckt die 16 21 hat er zwar getroffen also sich schon einmal wieder runtergezogen und vor allen dingen auch genau wie in der 930 troffen also mir ich sage auch immer mir ist es wichtig dass nach 9 30 nach 10 und dann eben noch die neuen tages hochgeliefert werden das war nicht interessanterweise war der übernach so ruhig so ruhig dass ich persönlich konnte damit gerechnet hätte dass er überhaupt noch nach unten wegrutscht also das war für mich eher positiv zu werden eher auch bullig zu werden gerade auch das wieder aufdrehen was oben raus das wäre finde ich schon fünfstimmig gewesen wenn er sich dann wieder hoch gezogen hätte und so hat er natürlich jetzt ordentlich die leute überrascht gekriegt ja und bestimmt den einen oder anderen völlig aus der fassung gebracht einen oder anderen vielleicht sogar ein trade wieder aufgenommen den er vorher noch mal rausgenommen hatte weil es dann doch wieder ganz gut aussah und dann hat er wirklich schon nach relativ kurzer zeit eine großzeitige tagsspanne zurückgelegt und einen recht komischen dach hinterlassen also von der wahrnehmung her war das merkwürdiger tag wir haben sehr 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 wenig bewegung gesehen aber wir haben trotzdem eine nicht unbeträchtliche handelsspanne die sich aber wirklich ja eigentlich 15 30 14 30 auf die auf dieses abrutschen beschränkt hat das war die die hauptsächliche bewegung ich hatte gestern gesagt unterhalb von 16.000 ist für mich schluss 16.000 20 16.000 das so für mich so der punkt wo ich sage okay darüber kann an die 16 1 20 kann an die 16 242 darunter würde ich mich eher verkrümeln weil mir das zu sehr nach gepflogen würde jetzt haben wir das gesehen jetzt ist sie rund rein jetzt könnte man theoretisch anfangen hier wieder kästchen zu bauen ja könnten sagen okay man spielt noch mal das ding aus dann war das hier nämlich vielleicht für diejenigen die so mit wellenbewegung beschäftigen war das vielleicht einfach ein überschießen des seitwärts muss also das war die abwärtswelle das war dann die 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 gegenbewegung als mit einem kleinen überschuss unten also war ganz noch die und jetzt kommt er noch mal aber freunde glaube ich nicht das wäre der dachs der macht nicht immer das gleiche dass das das passiert zu selten als dass man sich darauf verlassen sollte ihr kennt das wie wir analysieren erkennt wie wir rangehen ich würde mir deshalb trotzdem die hintertüre offen halten also nicht für die analyse damit ich hinterher sagen kann ich habe recht gehabt ihr wisst darum geht es nicht sondern es geht wirklich darum sich tradeseitig ein bisschen vorzubereiten wie der tag einfach kommt und dafür brauche ich eine hintertüre dafür brauche ich einen punkt an dem ich sagen kann okay da drunter verwerf ich mal kurz lang weil wahrscheinlich nach unten raus das potenzial doch attraktiver wird so wie man das gestern mit der 16.000 gesagt haben haben auch gesagt dass unter 16.000 nicht stimmig wäre zum montag wenn er da jetzt wieder zurück ruderte einfach weil das dann wieder ein schwacher montags start wäre nachdem wir jetzt schon zwei schwache wochen start hinter uns haben und der wirklich montagsdienst damit zurück gesegelt ist und wenn er das jetzt wieder macht und ich sag mal hier sich unterhalb von 16 20 hält oder sogar vielleicht in dem bereich hier abstößt sich noch mal nach unten und dann wieder weitere tiefs macht dann sehe ich das gap hier noch zu gehen und damit haben wir zum beispiel hier relativ also unter 39 kannst du eigentlich schon fast sagen noch mal 50 punkte ich will nicht sagen das verleiten die leute wieder falsche sachen zu machen aber relativ leichte punkte in den gap close rein auf die 8 75 8 70 hier das wäre noch mal eine idee wenn er jetzt hier weiter schwäche zeigt dass er das hier unten noch zu macht und sich dann vielleicht sogar aus einem frühen vormittagstief relativ gut wieder raus stabilisiert ähnlich so wie das den ganzen tag war nämlich so ruhig und so langsam wieder aus stabilisiert dann können wir zum mittwoch mal was anderes präsentieren wie das was wir die letzte woche haben und hier wirklich einen schönen konter machen er sieht von aus der perspektive aus wie es ist es schon fast fertig eigentlich also wenn wir das sehen und wie das der hier so unten abflacht wäre jetzt eigentlich typisch wenn er auftritt und deswegen würde ich persönlich meinen long brille oberhalb von 16.026 wieder aufsetzen darunter hätte ich nicht so bock drauf das war mir einfach zu unstimmig der montag und wir haben jetzt wirklich schon zwei montage hinter uns wo man gesagt haben naja der ist jetzt das letzte mal schwach eingeschaut hat die vorlage ist super positiv er müsste eigentlich richtig per aufwärtsgep oben raus rennen wenn er nach unten macht dann sollte das zur 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 vernunft oder zur obacht aufrufen und nun hat er das wieder gemacht das heißt wir müssen jetzt auch zum dienstag geben wieder da sitzen und sagen okay wir haben jetzt einfach mal schon zwei wochen hinter uns wo der montag schon schwach war und dann auch der dienstags war und auch der mittwoch schwach war wir können das nicht ignorieren ja im zweifel kommt jetzt halt die woche noch mal in ähnlicher form bin auch bestimmt nicht ganz genau so es war ja auch letzte woche schon deutlich anders wie die woche zuvor aber ja also fakt ist unterhalb von 29 würde ich persönlich auf den gap close fokus nehmen 875 ja die würde ich anpeilen und mir vielleicht sogar noch ein kleines bonus chancen offen halten auf den anderen gap close hier im bereich um 700 weil wenn wir das potenzial hier wieder gegen überlegen was kann der markt machen wenn er jetzt wirklich am dienstag nach unten durch schnaubt dann dann reden wir wirklich von cross 10 um 15.500 das wäre dann einfach die bewegungswelle noch mal von hier nach unten gedrückt mit ihrem überschießenden korrektur muss also eine überschießende b-welle und dann jetzt hier hinten noch mal schön ausschrubben wäre jetzt nach reiner wellen betrachtung her passend und stimmig sogar auch ich würde nichtsdestotrotz oberhalb von 16 20 sagen gut scheiß drauf dann macht er das eben nicht ähm oben raus gibt ihm feuerfrei rein in die 16 230 rein in die 16 nicht 16 230 vielleicht sogar sondern eher 16 200 bis 240 das ist die zone die mir wichtig ist hat man sich am tag hat angeschaut und so würde ich jetzt zum dienstag angehen ja das heißt ich gucke mir gucken wir hier drunter an was macht ihr am vormittag machte vielleicht bloß geb zu und ballert wieder nach oben schöne mittags erholung ohne neues tagestief am nachmittag das wäre prädestiniert dafür dass wenn man mittwoch eben nicht nach unten raus rubeln sondern nach oben eben richtig schön schrubben bleibt aber hier drunter ist das für mich eher sogar fast schotter ja also meine meine longbrille die ist die 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 fängt ab 16 16 10 26 an grün zu leuchten dann eben wieder rein die 16 1 20 dann eben wieder rein in die 16 200 16 2 40 und eben auch weiter ja so umso stärker als ich hier oben etabliert bekommt und wenn jetzt das wirklich bloß so dass hier der rücklauf war wenn das wirklich so kurz macht dann kommt jetzt auch dann kommt jetzt auch gutes stückchen mehr ja was man dann eben mit einplanen darf aber dafür dass am montag jetzt wieder weggedreht ist bin ich etwas offener gegenüber schort muss schon sagen ja und da würde ich ganz klar sagen alles unter der eigentlich sogar unter 16 20 also wenn er wenn er hier hochdreht und der haut sich von hier wirklich richtig eine auf die nase und hackt hier eine fette hässliche rote schundenkerze rein die irgendwo so aus der 16 20 36 nach unten strahlt könnte ich mir vorstellen dass er von dort sogar noch mal hier wie sie in das in das gebran handelt ja nichtsdestotrotz würde ich mich eingehalten eck ein absichern werde ich den short handeln würde und dir hier drüber dass das man sich dem long nicht verwehrt man könnte sogar eine erholung wenn er jetzt auftritt hier schon mal begleiten hier oben aus denn vielleicht sogar auf short schwenken nimmt dass man sich das bisschen dahinter halten weil irgendwann rennt uns einfach um raus das ist ganz häufig in solchen seitwärtsphasen auf hohem niveau im aufwärtstrend so macht er immer mal kleine täusch manöver probiert irgendwie die leute loszukriegen machen noch mal drunter stechen mal auch noch ein bisschen wegdrehen wo es keiner mit rechnet damit die leute ein bisschen den fokus verlieren und die übergeordnete richtung aus dem blick verlieren ja ich würde mir eher noch den long offen halten als den short dass das muss ich ganz klar sagen aber so wie er uns im montag weggegangen ist sonst habe ich die letzten tage immer wieder gesagt nee ich persönlich mit den short handeln bin ich jetzt hier tatsächlich ein bisschen offener allerdings mit dem hinter hinterkopf oder mit dem hintergedanken im kopf der wird die irgendwann oben aus also für mich ist immer noch eher oben aus als unten aus aber so wie er eingedreht ist gelbkloß hier das fände ich interessant und selbst 700 500 es wäre auch stimmig ja von daher gucken wir uns mal an wie kommt da rein wie bewegt es ich gerade vormittag wird mir schön ist wirklich sehr entscheidend da gucke ich genauer hin und ja da kann man schon relativ viel auch für den mittwoch daneben schon mit weg gut ich halte euch auf dem laufenden wir hören uns morgen wieder und dann wünsche ich euch einen erfolgreichen dienstag bis dahin